Musik Mein Name ist Niasi Lauper, ich bin Szenograf und freischaffender Theatermacher und habe hier an der ZHDK Bühnenbild im Fachbereich Theater studiert. In meinem Diplom-Projekt Flussfragmente habe ich mich auf Wasser im flüssigen Aggregatzustand fokussiert. Das ganze Stück im Trialog besteht zusätzlich in der Zukunft noch aus dem eisförmigen Zustand und dem gasförmigen Zustand und bildet so den Trialog, Flussfragmente. Ich habe probiert mit meinem Team, bestehend aus meinem Diplom-Partner, aus dem Cast, einer Tänzerin und einem Sounddesigner eine Welt zu kreieren, in der wir die Besuchenden auf eine Reise mitnehmen, in dem Wasser künstlerisch umgesetzt wurde. Das Ganze haben wir in der Wasserkirche im Helmhausen Zürich gezeigt. Musik 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 Vielen Dank.